Dieser schöne glitzernde Weihnachtsbaum ist aus Wolle, Partyhütchen, einer Weihnachtskugel und einer silberfarbenen Perlenkette entstanden. Echt einfach und super schön. Für den Tannenbaum brauchen wir folgende Materialien. Ein Partyhütchen, schöne kuschelige weiße Wolle, ein Alleskleber, eine Schere, eine Kugel für die Tannenspitze mit einem Durchmesser von 3 cm, dann weitere Kugeln und zwar brauche ich von jeder Kugel den Verschluss, das ist dieses hier, oder die Aufhängung, die ich dann flach drücke. Je mehr ich von diesen haben will, umso mehr Kugeln brauche ich. Weiterhin eine Perlenkette in Silber mit einer Länge von 1,30 Meter. So, jetzt nehme ich das Hütchen und trage im unteren Randbereich rundherum den Klebstoff auf. Dann nehme ich die schöne klauschige Wolle, setze sie an und klebe sie rundherum. Dafür kann ich das Hütchen auch hinstellen und die Wolle einfach wickeln. So macht man das mit der zweiten Reihe genauso. Man wickelt die Wolle immer weiter auf und schiebt sie schön zusammen, damit kein Zwischenraum entsteht und man diese Farbe sieht. Schön zusammenstellen. Bevor ich das jetzt weiter rundherum klebe bis oben hin, kappe ich eben die Spitze. Und zwar, ich muss mal ausprobieren, wie groß die sein muss. Und zwar muss diese Kugel da reinpassen, bzw. ich nehme die Aufhängung raus. Das ist noch zu klein. So passt sie hinein. Die klebe ich aber fest, damit sie nicht rausplumpst. Jetzt kann ich mich mit der Wolle weiter beschäftigen. So, ich habe das Garn oder die schöne flauschige Wolle bis hier oben hingewickelt. Das Partyhütchen ist jetzt richtig winterfest eingepackt. Als nächstes bringe ich hier unten erstmal die Kugelkette an. Dafür trage ich rundherum Klebstoff auf, stelle das Hütchen hin und lege die Kette um den Baum. So, die muss jetzt festkleben. Den Kettenanfang habe ich hier oben festgeklebt. Jetzt stelle ich die Tanne wieder hin und wickele die Kette in Abständen, so, um den Baum. Dass das immer so ein bisschen schräg zuläuft. Hier unten schneide ich das dann ab. Das Stück habe ich noch über. Gebe hier Klebstoff an die Perlen und klebe das hier am Rand unten fest. Jetzt muss ich nur noch diese Eiskristalle aufkleben. Die entstehen folgendermaßen. Ich nehme von einer kleinen Kugel diese Aufhängung samt diesem kleinen Krönchen ab. So, und drücke es so schön auseinander. Streiche es glatt. Ich nehme dann noch einmal den Klebstoff, trage ihn auf und positioniere die Eiskristalle. Das mache ich jetzt mit allen anderen auch. So sieht unsere fertige Tanne jetzt aus. Echt schön. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Video von mir erschienen ist.